Die negativen Gedanken, die hat man eigentlich immer von Anfang an und die werden immer schlimmer. Je mehr man verspült, je länger man spült, umso schlimmer wird es. Man verliert jegliche Selbstachtung, man kann sich nicht mehr in den Spiegel schauen und natürlich geht es dann so weit, dass man Suizidgedanken hat, weil man denkt, das ist der einfachste Weg, um das Ganze zu beenden.